Wenn Sie mit Ihrem Kind mal so richtig schick auf Shoppingtour gehen möchten, ist der Condor Comfort Buggy die richtige Wahl. Er hat nämlich viele viele tolle Details, die ich Ihnen jetzt erklären möchte. Und zwar zum einen haben wir hier schwenkbare Vorderräder, da kommen Sie gut in jede Ecke um alle Kurven. Den kann man auch feststellen, wenn Sie über Kopfsteinpflaster fahren oder es ein bisschen wackelig ist am Untergrund, einfach das Rad in die Position bringen und den kleinen Schalter zurückklappen. Dann haben wir eine Fußstütze, die verstellbar ist natürlich. Da kann Ihr Kind dann entweder sitzen oder auch liegen. Der Sicherheitsbügel ist ganz einfach abnehmbar. Da haben Sie zwei Knöpfe an der Unterseite, die Sie drücken und dann ziehen Sie ihn einfach hoch. Für die Sicherheit Ihres Kindes haben wir noch weiter einen Fünfpunktgurt. Der Sitz ist außerdem sehr weich und komfortabel gepolstert. Die Rückenlehne lässt sich ganz einfach verstellen, indem Sie an der Rückseite des Sitzes den Hebel nach unten drücken und dann kann Ihr Kind ganz bequem in die Liegeposition und Sie können in Ruhe weiter shoppen. Außerdem haben wir bei dem Sonnendach noch eine Sonnenblende, die Sie einklappen können oder nach Bedarf wieder ausklappen können. Das leichte Aluminiumgestell überzeugt nicht nur optisch, sondern auch durch seine guten Fahreigenschaften. Außerdem haben wir eine Feststellbremse bei den Hinterrädern, die auf beide wirkt. Die Teleskopstangen lassen sich auch etwas verlängern. Weiter haben wir hier einen geräumigen Korb für Ihre Einkäufe. Der Komfortbuggy lässt sich natürlich auch ganz einfach zusammenklappen und im Auto transportieren. Dazu ziehen Sie den Griff nach oben, betätigen die silbernen Griffe, halten die fest und dann drücken Sie ihn ganz einfach zusammen. Und schon kann ein Auto. Der Aluminiumbuggy Condor ist schick und praktisch zugleich, also ideal für moderne Eltern und ihre Kinder. Übrigens bekommen Sie ihn auch im umfangreichen Condor All-in-One-Set. Untertitelung des ZDF für funk, 2017